Ne, die stimmen ja hundertprozentig, hallo? Schnell mal. So, dann, ach man, ich glaub ich hab nicht mal genug Obsidian für ne. Es wird nacht, dann legen wir n Schlafen. Ja, ich hab nicht mal, ähm, genug Obsidian für eine, ähm, Küste. Ich guck mal ob's noch ganz unten bei mir Obsidian hat. Warte, ich räume, ich packe erst mal meine Beute aus, ähm, ich mach mal kurz mein Hausgrößen. Hab ich noch Birkenholz? Da. Ja, komm. Wieso kann ich schon mal wegpacken? Mach jetzt einfach mein Haus. Ach egal, ich nehm einfach kein Birkenholz. Und zwar mach ich's einfach höher. Dann kann ich ein paar mehr Kisten setzen. Und ich bau's einfach aus Slabs, dann kann ich. Ich hab grad schon gedacht, warum ich nichts mehr aufnehme. Ja. So. Dann, der weiß gut, alle Hunde, äh, Hinde, alle Hinde sitzen da draußen. Und nur der eine hat's eigentlich reingeschafft. Keine Ahnung wie, aber da chillt eben drin. Schack, 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 schack. Jetzt, das kann ich von innen machen. So, das sieht zwar jetzt nicht so toll aus, aber ich hab auf jeden Fall mehr Platz. Voll konzentriert muss man dabei sein. Okay, dann kann ich mal noch ein paar Kisten bauen. Schön. Dann da drüber könnt ihr noch eine setzen. Äh, ja, daraus machen wir mal zwei. Und dann einfach, ne hier, hat's wenig Sinn, wenn ich dann hier hochkomme. Hier kann man noch eine hinsetzen, okay. Dann sagen wir mal, hier, was brauche ich? Eine Lohnroute. Ich kann eigentlich alle mal reinpacken. Dann das hier. Netherwarzen. Ähm, was brauche ich noch von den Sachen? Was muss ich noch finden? Ah, Netherwarzen kann ich dann auf jeden Fall abhaken. Das ist nämlich ein extra Punkt. Netherwarzen habe ich. Ich muss dabei mir ja kurz das Licht anmachen. Es dämmert schon. Langsam. Ähm, ja, die Pferde. Okay, dann. Was ist jetzt unten? Oh, das bleibt. So, dann würde ich mal hier Nahrung reinpacken. Ähm. Boah, hab ich keine Doppelkisten. Eine Crab-Doppelkiste mache ich mal. Aber dann, hier kommt Holz rein. Ich ordne das jetzt kurz, weil ich hasse es, so zugemülltes Zeug zu haben. Da kommt einfach Stein-Sachen rein. Na, da sind auch Stein-Sachen. Ich weiß, das ist auch nicht nötig. Ah, der kommt auch hier rein. Ähm. Dann, dann Werkzeuge kann ich mal alle mitnehmen. Warte mal, die Diamant. Ah, ich sag Diamant, dann. Ich leg mal einen Diamant noch zur Bewertung hier rein. Dann die Diamant-Werkzeuge und eben das Schwert noch. Ach, ich leg das Pferde einfach mal da dazu. Zack, zack. Ähm. Das kommt einfach mal alles da rein. Hier kann ja der letzte Schrott dann rein, aber ein bisschen Ordnung darf schon sein. Äh, zack, 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 zack. Bett kommt raus. 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 Bett. 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 BettманIST! Bett. Wo ist das denn? Bett! Bett! ット! 伏. Ok, und den Rest dann hier auch. Den Rest schmeiß ich jetzt einfach da rein. Warte mal, die Sattel tu ich mal noch hier rein, weil ich ja nochmal Pferde holen muss. Also das brauche ich ja dann noch für etwas. Warte mal, einer zum Beweis. Die Haken kann ich noch da reinfangen und genau wie die Zäune. Ok, jetzt steckt Copperstone, das nehme ich immer dabei. Ok, jetzt schaue ich mal, ob ich mein Getreidefeld voll voll willkommen. Also das 9x9, ich hätte es eigentlich schon voll. Aber ich pflanze immer hier noch so ein bisschen krüppelig so daneben an. Aber was passiert eben? Ach man, ich weiß nicht, ob es nur in Minenschächten gibt oder auch in den Netterkisten die Melonensamen wäre schön gewesen. Ich weiß es ist eines der ersten Challenges, die die anderen haben. Ich schaff es einfach nicht. Ah, ich weiß auch noch gleich welche Challenge wir jetzt gleich noch erledigen. Und zwar die Challenge mit der Enderkiste, weil ich kann mir ja jetzt gleich Enderaugen machen. ein paar. So, komm, ich hätte das Haus hier jetzt nicht geschickt. Ich könnte auch mir ein bisschen Glas brennen. Naja, nochmal 8. Ja, kommt ganz durch. So, das Sack. Sack. Dann habe ich hier schon. Schön, dann kann ich mir... Ah, warte. Die Kiste da kommt weg. Und dann kann man da oben ranpacken. Damit ich da noch schön dran komme. Leder habe ich ja genug für Bücherregale, aber... Äh, noch kein Zuckerrohr. Das ist auch komisch, dass es am Zuckerrohr mangelt. Aber ich kann ja schon mal zwei Bücherregale machen. Das ist doch schon mal gut. Schön. YouTube. йööööö, Bibliotheka. Gucke, und wieviel Level habe ich grad. Ich gehe mal weg, wieder. Geh mal weg, wieder. 24, erst gut. 30 level bekomme ich schnell wieder also dann mache ich mir daraus also eine brauche ich jetzt ich mache jetzt auch gleich einen trankstisch pro stadt hat sie den namen vergessen stelle ich mir und geh du mal weg da kommen zu deinen freunden damit du dann nicht so einsam umgammelst wo bleibt ja hinkt er da irgendwie der wand fest oder chillt er da einfach wie recross ja ok ansatz von mir aus dahin aber damit ich den baustand da in die ecke pflanzen kann so da habe ich glas da unten genau dann mache ich daraus mal noch eine das reicht nicht für wir schreiben kommen 11 11 glas bitte als glas kommt schon 1 klar das machen wir dann da mal okay schlaf kurz was so groß bin ich eigentlich aufstehen und dann mache ich immer ein bisserl was weg damit man ein wenig raus sieht die falken platziert dann einfach mal hier oben wenn ich da hinten dann die wand weg schlag und machen wir schon ein wenig ein das ist nicht ganz so scheiße leben hier und hierbei die beiden blöcke dann brauche ich für die tür muss von außen her kommen und jetzt sieht es gleich komisch aus aber schaffe ich dieses blöde feld ich will es heute noch schaffen in dieser aufnahme sehr schön dieses ziel macht so viel spaß diese samen wieder zu pflanzen ja wenn ich immer nur eins so wird immer nur eins sammeln pro getreide dinge rauskriege ich es niemals oder lag noch getreide rum so und zuckerroh kann ich neben mir auch ein bisserl sammeln aber jetzt sieht es doch schon viel freundlicher aus ok dann kommen hier mal die drei flaschen rein ah ne erstmal wasser holen ja ganz vergessen einen kessel crafte ich mir mal nicht wenn es nicht die pflicht ist einen zu craften 1,2,3 ja die kann man ja nicht mal stacken schade so weil wir brauchen ja wir müssen ja einen unsichtbarkeitstrank machen und dann machen wir erstmal einen seltsamen trank mit einer netherwarze aber warte mal ich habe hier eigentlich äh soul sand da pflanze ich mir halt mal an genau pflanze ich einfach da hinten bei den kürbissen daneben an ich mache jetzt zehn erinnerungen mach neun daraus damit es schön quadratisch ist ich finde die voll lila hey das ist das gute an dem damit wenn man drauf rumhüpft dass es nicht kaputt geht ihihi so bei dem bruch hat es eine goldene karotte die muss dann darauf auf den seltsamen trank wirken lassen eine goldene karotte habe ich allerdings nicht oder noch nicht und deswegen äh ja muss ich halt warten bis ich eine habe bis ich eine habe okay jetzt schaue ich mal ob ich im keller noch die äh obsidian habe äh damit ich die äh wie heißt es die kiste da machen kann und ich brauche auch wie äh für das leuchtvolle block brauche ich auch wo hier auch noch obsidian ok hier ist auf jeden fall noch ich weiß nicht jetzt mal hier ein hin ein block äh ich weiß gar nicht wie viel ich für den leuchtfeuerblock brauche ich habe oben noch fünf für die kiste